Ich bitte um Entschuldigung, aber ich glaube, dass ich meine Response auf Englisch machen muss und ich hoffe dann, dass ich dabei sein kann auf Deutsch. As I listened and read your paper, I thought to myself, if that was the only thing that I've done in Fribourg, it would have been worth coming and hearing this lecture. So, first I want to say, thank you, thank you very much, because it speaks to something that I'm profoundly interested in and I think it's profoundly important today. And I was struck how the topic wasn't just attentiveness, because sometimes that's discussed quite a bit as a significant form of relation to the world. Not also just seeing differently, but very specifically. And here I have to say Liebe voller Blick, or loving gaze, which in English we can't quite differentiate between Liebe der und Liebe voller Blick. But nonetheless, you have heard the lecture and see and know the importance of the difference, which stands, I take it in your paper, as not just account of seeing, but also how other senses relate to the world. And you've got the little line about Engl listening very attentively as well, which is a version of hearing that has also this loving component to it. You know, as you were speaking, I was reminded just recently before coming here, I was in some corner of Texas and I was listening to one minister speak. And he was 81 years old, had a long experience of 50, 60 years as a minister. And in the course of the discussion, what came to fore is the claim he claimed, or actually somebody else said that about him, that the key for his entire ministry was one saying of Jesus in the story of Jesus in the story of the woman of ill repute, who has come into the house of Simon and has expressed affection for Jesus by wiping his feet with her hair. And then Jesus says to this woman, Simon, do you see this woman? Simon. And obviously the question was, the answer to this question is obviously he does. That's why the whole thing is a scandal and why he treats it as a scandal. And yet the question really was, do you see it maybe in your terminology with this kind of loving gaze, because the world ends up looking quite differently. And it was interesting that he said this was the key to the entirety of what he did as a minister. Perception of the world in a different way, and only then could he speak to the world. And I thought it was an interesting resonance with what you were saying. And then, of course, at the end of your lecture, light as a condition of possibility, not just of seeing, but light as a condition of possibility of the world itself. And immediately I thought Genesis 1, 2, and 3, in the beginning God created the world, and the first thing that God does in order to dispel this chaotic state was God creates the light. So that the condition of possibility of the world is light. And then I was struck also by what you said about seven billion ways of experiencing the world. And obviously we sometimes speak about the world being created anew with each child being born. There are the whole emergence of the world, of the whole new world, new way of experiencing the world by each birth, and each way of seeing, each way of sensing the world, and relationship also between God's seeing, God's maybe hearing as well, God's other senses, and the senses in the world seems to be the kind of idea that God sees the world also through each person seeing the world. God hears the world also through each person hearing what is in the world, and God rejoices over God's creation just through that experience, which seems to me extraordinary. I would say probably God cries as well. God is sorrowful for the same reason, but the idea of experiencing the world afresh is, was really God's experience and our experience of the world was very important to me. And finally I want to say this is really a kind of visual sense aspect of how I think theologians ought to understand the idea of creation, when we say that the world was created, I think the fundamental meaning is that the world was given to us, that the world has a structure of a gift. And I think a structure of the gift is somebody gives something to somebody else. else, and somebody in this case is God, gives to somebody else every of the creatures, something, which is to say the entirety of the world. And I think the, if we practice relating to the world as creation, the possibilities of something, what you have described as Liebe vor der Blick, open themselves up. and I, this all is simply to say, as a theologian, I am excited to read how you have interpreted our relation to the world through act of a particular kind of seeing. Okay. So, mache ich vielleicht gleich weiter an der Stelle. und vielleicht kann ich sogar da anschließen an etwas, was Sie gesagt haben, also ich habe den Text sehr, sehr gerne, ich habe ihn gelesen, muss ich gestehen, ich habe nur die letzte Viertelstunde gehört, die sehr eindrücklich war, aber ich hatte die Gelegenheit auf dem Weg hierher den Text zu lesen und war fasziniert davon, muss ich wirklich sagen. Ich dachte eigentlich, der liebevolle Blick am Anfang, dass Sie das vermutlich auf den Blick vielleicht von Papst Franziskus beziehen, hat mich gewundert, dass es gar nicht vorkam, vielleicht ist es heute Abend nochmal Thema, weil mir durchaus das so erschien, als könnte es da interessante Anknüpfungspunkte gehen, in der Art und Weise, wie der Papst selber auch auf die Welt zugeht. Und ich habe mich dann gefragt, weil Miroslav das gerade gesagt hat, es gibt ja auch noch andere Sinne, ich habe mich ein bisschen gewundert, weil, warum das Hören gar keine Rolle spielt, weil ich ja weiß, dass Sie auch ein großer Musikliebhaber sind und Musik in ihren Filmen. Es ist da. Nochmal? Es ist da, Hören. Ja, also das hat mich nämlich auf eine Idee gebracht, bei der ich sehr gespannt bin, was Sie davon halten. Eigentlich würde ich den Vorschlag mal machen wollen, dass das, was Sie da geschrieben haben, eigentlich sowas wie eine Akustik des Sehens ist. Also ich weiß nicht, ob das ein guter Ausdruck ist, aber ich fand, weil ich nämlich in meinem eigenen Denken ja erstaunlicherweise, das habe ich gar nicht bewusst gemacht, aber Resonanz ist für mich ein zentrales Wort, mit der Welt in Resonanz treten. Und es ist kein Zufall, dass das eigentlich ein akustischer Vorgang ist und eben kein visueller, weil ich immer dachte und vielleicht bis heute denke, dass in der visuellen Vorherrschaft, dass wir der Welt überwiegend visuell begegnen, sehen, lesen sozusagen, dass da vielleicht ein Problem drin liegt, weil das Sehen sehr häufig ein distanzierendes ist. Das Sehen sozusagen stellt Abstände her, bringt Welt auf Distanz und das Hören bringt sie nahe, setzt uns auf eine andere Weise in eine dynamische, schwingende Beziehung. Und jetzt finde ich, was mir in Ihrem Text begegnet, ist plötzlich eine Sichtweise des Sehens, die eben genau die eigentlichen resonantes Sehen ist. Also was würden Sie von der Idee halten zu sagen, eigentlich beschreiben Sie ein hörendes Sehen, weil, ich finde das, also irgendwie war ich verblüfft, das zu sehen, weil, also auch in dem, was Miroslav Wolf jetzt schon aufgegriffen hat, diese Differenzierung zwischen liebend und liebevoll, ist mir auch aufgefallen, habe ich auch darüber nachgedacht, das finde ich interessant, was ist da der Unterschied. Und meine Deutung wäre, dass liebend ist eigentlich immer schon ein aktiver Vorgang, ein Subjekt tut etwas, es bezieht sich auf eine bestimmte tätige Weise auf die Welt, wohingegen liebevoll ja eigentlich eher, ich glaube, so beschreiben Sie es auch, oder haben Sie es beschrieben, eine Haltung beschreibt, die dieses in Beziehung treten ja vielleicht generalisiert oder öffnet oder möglich macht und ein Gedanke, der mir dabei kam, den ich sozusagen auch sehr gerne mit Ihnen diskutieren will, also ich versuche im Moment an etwas zu arbeiten, ich nenne das Mediopassiv. Ich dachte eigentlich, das hätten mal wieder die Theologen erfunden, weil ich dauernd die Beobachtung mache, alle Sachen, die ich mir soziologisch ausdenke, hatten die Theologen zuerst. Aber, also der Idee nach ist es wahrscheinlich so, es kommt de facto aber aus der Sprachwissenschaft, ein Medium zwischen aktiv und passiv, eine Haltung, ein mit der Welt in Beziehung treten, das nicht einfach das aktive Zugreifen ist, also sozusagen die Täterhaltung zur Welt, aber eben auch nicht einfach die Opferhaltung zur Welt, passiv, mir passiert etwas, sondern ein Mediopassiv, zwischen mir und der Welt ereignet sich etwas und mir scheint, dass Ihr ganzer Text immer wieder von solchen Momenten durchdrungen ist, Sie schreiben vom tätigen Sehen, was irgendwie bedeutet, ich nehme die Welt wahr, passiv, sie strömt auf mich ein, der Zug oder der Bus kommt dazwischen, aber gleichzeitig arbeite ich auch an ihr, sodass, was sich da herstellt, diese Wechselwirkung ist, und Sie haben das ja auch in dem Film, oder in dem, was Sie beschrieben haben über den Film Der Himmel über Berlin, finde ich, zum Ausdruck gebracht, dass Sie das Gefühl hatten, Sie sind nicht mehr der totale Täter, sozusagen, also gerade nicht in der Kontrolle, Sie verfügen nicht über das, was da herauskommt, aber Sie sind auch nicht einfach sozusagen die passiven Empfänger, sondern es ist ein Mediopassiv, ich meine, es gibt, wir haben nur noch, wir können es in der deutschen Sprache oder in der französischen und englischen Sprache nicht abbilden, aber in Sanskrit oder Altgriechisch gibt es dieses Medium, Mediopassiv, es begab sich, und ich finde, Ihre Welthaltung sozusagen scheint mir viel davon zu haben, es hat sich ereignet, und es ist also nicht einfach ein passives, wo ich ohnmächtig dastehe, sondern eins, an dem ich beteiligt bin und durch dieses Inbeziehung treten, das kann dann gelingen, wenn es liebevoll geschieht, diese wechselseitige Zuwendung, die für mich heißt, ich bin bereit, mich berühren zu lassen von dem, was da in mich fällt, die Schattenspiele an der Wand, ich antworte darauf, ich gestalte etwas damit und erreiche damit möglicherweise sogar eine transzendente Dimension, also diese Art von Wechselwirkung von Weltbeziehung fand ich sehr interessant und ich habe die bisher immer als akustische Beziehung in erster Linie gedacht und bin immer noch fasziniert davon, dass man das offensichtlich auch visuell herstellen kann und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass so etwas Ihnen gelingt als Fotograf und Filmemacher. Akustik des Sehens ist schon der Hammer, ne? Kann ich alles normal schreiben? Nein, nur die Überschrift ändern. Man wird natürlich schon so geleitet, dass durch so einen Vorschlag, das war ja so eine Art Vorschlag, das Thema der liebevolle Blick, das kam nicht von mir, es ist mir sozusagen vorgeschlagen worden, ich könnte das sehr vorstellen und das konnte ich mir gut vorstellen und wenn ich so etwas schreibe, ich bin ja kein Theoretiker, dann habe ich das sehr gern, wenn man mir etwas vorschlägt und deswegen war ich schon auf das Sehen sehr fixiert, aber ich muss sagen, auch beim Schreiben kam mir manchmal das Hören in den Sinn, ich habe es ja ein paar Mal damit reingenommen, so ein bisschen durch die Hintertür, weil natürlich ist das Ganze auch so zu sehen oder zu hören und man muss es auch reinnehmen, das akustische Erlebnis ist ja tatsächlich immer weniger aktiv als das Sehen. Das aktive Sehen für mich war insofern, also als Regisseur oder Fotograf produziert man ja dann ein Bild oder viele Bilder, die dann zu einem Film werden und das ist natürlich ein sehr aktiver Vorgang, wo man den, wie sagen Sie, mediopassiven Vorgang, dass sich Bilder schenken lassen, es dann doch in einen aktiven umwandelt, weil so einen Film zu schneiden und zu konzipieren und dann herauszubringen ist schon sehr aktiv, aber auf dem Weg dahin ist man nicht immer der Aktive, sondern auch durchaus einer, der etwas geschenkt bekommt und das sich beschenken lassen vom Sehen ist eine der wunderbaren Sachen, die einem passieren kann in meinem Beruf und deswegen war ich auch berührt, als ich, als Sie das von dem Pastor in Texas, Simon siehst du diese Frau, das ist ja, das ist ja, das ist ja, der ist ja da, aber er meint das Sehen eben, nimmst du die wahr, also siehst du, wer das ist, siehst du, was sie tut, siehst du nicht, klar, der ist ja nicht blind, der Simon, aber er hat sie nicht wahrgenommen, er hat nicht wahrgenommen, was sie getan hat und das Sehen ist ja auch oft ein Respekt geben einer anderen Person, die sich dann gesehen weiß oder fühlt. Diese Frau hat sich von Jesus gesehen gefühlt, aber nicht von all den anderen da. Im Gegenteil, denen war die eher unangenehm, nehme ich mal an. Die war, es war denen ein bisschen peinlich, dass sie das mit den Haaren und dem Öl und dann finde ich die Antwort auch ganz toll, siehst du diese Frau. Christus hat ja die tollsten Begegnungen, die erzählt werden, sind ja immer mit Frauen, finde ich. Ein paar Mal in der Bibel sind die Begegnungen zwischen Christus und Frauen ja viel herzlicher und intensiver als die mit all den Männern. Es ist ja nur einer Frau gegenüber, dass er es einmal sagt, wer er ist, wirklich am Brunnen. Niemandem sonst sagt er das. Er ist ja Frauen gegenüber unglaublich offen und damals geradezu rebellisch, weil auch das zu Simon zu sagen, siehst du die, ist eigentlich eine Unverschämtheit. weil er sagt, sag mal, warum siehst du die nicht? Ja, genau. Oder Simon sagt zu Jesus, warum lässt du das geschehen? Bist du nicht bei Trost? Siehst du nicht, was die da macht? Und dann sagt er, du siehst sie gar nicht. Hartmut, wie würdest du das sagen? Du hast die Struktur des Sehens, aktivo-passiv, betont und es mag sein, dass die Seite der Passivität vielleicht nicht so viel in dem Vortrag stand, aber ich finde, dass das aktive, das ist die formale Struktur, aber im Vortrag, was ich gehört habe, ist, dass diese formale Struktur nicht genügt. Das heißt, man konnte aktivo-passiv sehen und dennoch das nicht als ein liebervoller Blick haben. Das heißt so, dass was in diesem Sehen geschieht, wird in einem Rahmen Rahmen der Einstellung zur Welt als Ganzen geschehen und nicht bloß formal, aktivo-passiv. Etwas wird vom Subjekt an diese Welt gebracht, es wird als etwas gesehen und es ist nicht unwichtig, genau als was das gesehen wird. Das geht doch super auf Deutsch. Bitte? Das geht doch super auf Deutsch. Ja, das stimmt. Das muss man erst mal hinkriegen. Auch das mit dem Hören, das Hören sieht ja auf den ersten Blick passiver aus. Ja, es ist auch aktiv. Aber es gibt ja auch das Zusatzwort Zuhören und das ist ein aktiver Vorhang. Ja, absolut. Also ich glaube, dass wir Musik nicht wahrnehmen, also nicht als Musik hören können, wenn wir nicht auch aktiv die Verbindungen herstellen. Ich glaube, das hat man inzwischen ganz gut untersucht. Also Melodie hören funktioniert über Retention und Potention. Man erinnert sich an die vorangegangenen Töne und erwartet die zukünftigen und nur dann wird es zu Musik erleben. Das ist genau der Grund. Deshalb dachte ich, Musik ist ein Paradebeispiel für ein mediopassives Weltverhältnis. Und zwar finde ich sowieso schwierig, die Frage, übrigens Meister Eckart und diese Wendung, die du, glaube ich, hinaus wolltest, ist irgendwie dafür auch ein gutes Beispiel, weil er ja, also in dem Zitat von Meister Eckart heißt es ja irgendwie, deine, also meine Augen sind Gottes Augen und umgekehrt. Und das Interessante daran ist, dass es eben nicht ein Wechselspiel von aktiv und passiv ist, sondern die Gleichzeitigkeit von aktiven und passiven Momenten, dass man es eigentlich gar nicht mehr genau sagen kann, wer sieht und wer gesehen wird und wer etwas tut und wem etwas angetan wird. Also es kommt mir wirklich genau darauf an und das stimmt schon, also jetzt in dem Vortrag von Wim Wenders gibt es nicht nur diese Wechselwirkung jetzt zwischen dem, was ich sehe und mir, sondern das wird dann nochmal in eine andere Wechselwirkung gestellt, nämlich mit dem Kaleidoskop einer vielleicht transzendenten Einheit oder so. Das finde ich insofern interessant, als dass in der Soziologie, sogar in der Physik, gegenwärtig, glaube ich, gibt es einen großen Trend, eigentlich epistemologische und ontologische Fragen zusammenzubringen, also zu sagen, das, was Wirklichkeit ist, was wirklich ist, davon handelt Ihr Text ja auch, das Wahrsehen sozusagen, die Wahrnehmung, ist eine Kokonstruktion, die ist nicht einfach da, sondern es ist eine wechselseitige Konstruktion, die dynamisch immer wieder entsteht. Und ich glaube, diesen Gedanken schien mir da in dem Vortrag gegen Ende auch ganz stark zu sein. Die Wirklichkeit ist eine Kokonstruktion zwischen den Bildern, die wir empfangen, den Blicken, die wir haben und den Bildern und Blicken, die wir produzieren und dann eine Art von Überblendung davon. Aber das wäre der Fall, auch wenn der Blick nicht liebevoll wäre. Wenn er nicht liebevoll wäre. Das wäre auch der Fall. Das ist die allgemeine Struktur der Perzeption. Nein, aber doch. Aber es schien mir, dass das Liebevollsein entscheidend für den ganzen Vortrag war. Aber da müssen wir jetzt, wen wir das fragen. Also ich stelle mich gern zur Verfügung. Ich habe Sie nicht verstanden, entschuldigen Sie. Ich stelle mich gern zur Verfügung für jedes Experiment. Also wenn man sowas geschrieben hat, weiß man ja hinterher erst, wie es besser geht. Also natürlich kann man jetzt weitermachen. Natürlich kann man jetzt auch weiter darüber reden, welche Qualität des liebevollen Blickes dem Sehen zufügt, was da vorher nicht da war. Habe ich noch gar nicht richtig gemacht. Ich deute es ein bisschen an, dass dann Sachen möglich waren. Und dass die Stadt wirklich erschien, als es so dokumentarisch gegangen wäre. Aber eigentlich könnte man überhaupt neu erst anfangen zu sagen, was tut der liebevolle Blick, was der Unbeteiligte oder Kritische oder Gleichgültige nicht tut. Ja, genau. Aber da hätte ich aber eine Idee dafür, die ich aus Ihrem Vortrag habe sozusagen. Weil mir scheint, dass die Antwort da eigentlich drin liegt. Und ich würde sagen, doch, es bedarf des liebevollen Blickes, um diese Ko-Kreation zu ermöglichen. Weil nämlich eigentlich das, was hier beschrieben wird als liebevolle Haltung, die Verbindung herstellt, die dynamische Verbindung. Ansonsten hat man nämlich sieben Milliarden getrennte atomistische Blicke. Es gibt sieben Milliarden Bilder, die nichts miteinander zu tun haben. Also gut, ich tue ihm jetzt ein bisschen Gewalt an, weil ich es gerne in die Resonanztheorie packen würde. Ja, aber ich glaube wirklich, das ist doch eine Grundfrage für uns als Menschen. Und übrigens auch zwei Grundwahrnehmungsweisen. Entweder wir sind komplett abgedrängt von allem anderen, auch wenn wir es sehen, also ich sehe diese viele Bilder, oder ich bin damit verbunden. Also ich stehe der Wirklichkeit und der Welt nicht gegenüber, sondern ich habe direkt Anteil an ihr, vielleicht sogar in einer doppelten und transzendenten Perspektive. Und für das Eröffnen dieser lebendigen Verbindung ist, glaube ich, der liebevolle Blick nötig. Also sonst ist dieses Schattenspiel an der Wand nur ein rein physikalisches. Und die Verbindung zwischen mir ist eine gefühlte, die diesen liebevollen Blick, ich weiß nicht, ob ich würde eigentlich sagen, voraussetzt. Also ich stelle natürlich auch die Sympathie her zu den anderen siebeneinhalb Milliarden, die da mitgucken. Wir sind ja hier nur drei und das sind ja so viele, die uns sehen. Ja, ich komme mir irgendwie angeblickt vor. Die sind schon mal schwer in der Mehrzahl. Trotzdem ist das ja gemeinsam, was wir hier machen, also das Gucken. Es ist ja eigentlich, ich mag ja den Martin Buber so wahnsinnig gern, weil es so einfach ist, was er sagt. Es gibt dich durch mich, weil ich bin, bist du auch. Aber ich meine, ich glaube, selbst bei so einer Veranstaltung hier, ich finde grundsätzlich, kann man immer hinterher sagen, egal ob man jetzt hier sitzt oder dort, na gut, wenn man hier sitzt, ist ein bisschen schwieriger, aber wenn man dort sitzt und nachher rausgeht, kann man sagen, die haben da irgendwie so diskutiert. Das ist meiner Ansicht nach sozusagen dann, also ich versuche das als Entfremdung zu beschreiben, ich hatte da keinen Anteil, aber wenn man irgendwie sagt, wir hatten da gerade eine Veranstaltung oder so, dann ist man involviert und verbunden und diese Verbindung ist eine Folge eines liebevollen Blickes, oder? Ja klar, wenn die Verbindung entsteht, aber ich vermute, dass man auch Verhältnisse haben kann, in der genau der Modus des Verhältnisses nicht als Liebe, nicht als Verbindung, sondern als auf der Distanz mit Negativität besitzt, gehalten und dennoch ist das eine Beziehung, es ist passiv aktiv und man ist dann gelockt, No, 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 what's the locked in? Eingeschlossen, man, in diese unhealthy Beziehung. Aber ich habe mal eine Frage noch an Sie, würden Sie denn sagen, dass dieser liebevolle Blick in erster Linie oder ausschließlich dem Menschen gilt, oder gilt er allen Dingen und unterscheidet er sich zwischen, also gibt es einen Unterschied zwischen? Ja, das ist gut. Einen liebevollen Blick auf, also ich meine, Sie haben Stadt auch beschrieben, aber trotzdem, man kann die als Menschensphäre sehen, oder nicht? Der ist natürlich a priori an Menschen gerichtet, aber finde ich auch ganz wichtig auf Orte und auch ganz wichtig auf Gegenstände. Es gibt ja Menschen, die haben keinen Sinn für Sachen. Ja. Die haben, die sind Sachen völlig wurschtig, die lassen auch Sachen fallen und machen auch immer alles falsch, weil die nicht da sind. Ja, ja, ja. Die haben kein Auge für die Dinge und das sind auch manchmal wirklich Menschen, die sehr herzlich zu anderen Menschen sind, aber die Sachen interessieren sie einfach nicht. und manchmal möchte ich die so rütteln und sagen, guck mal, das ist eigentlich doch ein schönes Ding und eigentlich muss man doch auch Sachen schätzen können, weil es, also nicht so unbedingt eine Plastikflasche, aber so, sagen wir mal, alles Lebendige, ein Baum oder auch ein Stein, das finde ich auch was Lebendiges. Ein Buch? Ein Buch, ja, unbedingt. Ich finde, dass man Dinge mit reinnehmen muss in den liebevollen Blick, weil die wollen auch gesehen werden. Ja. Und die haben auch, das ist ja meine Theorie auch, die gucken ja auch zurück, also als Fotograf zumindest ist das meine Theorie, ich fotografiere ja eigentlich vor allem Landschaften, ich mache ja eigentlich gar nie Porträts, ich fotografiere nur Landschaften und eigentlich interessieren mich, ich bin kein Naturfotograf, mich interessieren Landschaften und Orte vor allem deswegen, weil sie so viel von uns wissen und so viel zurückerzählen können über die Spuren, die wir hinterlassen haben und was wir alles überall angestellt haben. und deswegen fotografiere ich eigentlich Landschaften, weil ich das schätze und mag, was die zu erzählen haben. Also insofern bin ich immer etwas verletzt, wenn jemand kein Auge dafür hat, das finde ich immer ein bisschen schade. Also ich fühle mich dann immer als Stellvertreter der Dinge. Ja, ja. Also ich meine, gerade in der Fotografie, bei Walter Benjamin schon zum Beispiel, gibt es auch die Idee der Aura eigentlich, die er durchaus verknüpft, ist ein schillernder Begriff, aber durchaus verknüpft mit der Idee auch, dass die Dinge uns anblicken und zu uns in Beziehung treten wollen. Oder bei Rilke dann sehr deutlich, die Dinge singen höre ich so gern zum Beispiel. Und deshalb glaube ich tatsächlich auch, diese liebevolle Haltung ist eine bestimmte Weise, das in der Welt sein, das mit der Welt in Kontakt und Beziehung zu treten. Natürlich auch Berge, die Sie ja da auch beschreiben, und Bäume und alle anderen Dinge. Da hatte ich gerade ein richtiges Problem. Ja? Da hatte ich gerade ein richtiges Problem. Ich komme gerade aus China und war da vier Wochen und habe fotografiert. Habe ich mir gedacht, dass ich da fotografieren würde. Nämlich so, wie ich immer fotografiere. Ich reise rum und dann mag ich was und dann warte ich, bis alle Leute weg sind und dann fotografiere ich das. Da war das Problem. Das ging nicht. Da waren immer welche. Und meistens, wenn es ein schöner Ort war, wollten die genau dasselbe ich, die wollten das auch fotografieren. Und je mehr ich mich versucht habe zu vereinzeln, aber natürlich gibt es dann auch Sachen, die sind halt so schön, die waren überall schon da und wollten auch fotografieren. Und so dass meine Art von Fotografieren, also das mit dem Ort allein sein und sich was erzählen lassen, irgendwie bin ich voll aufgelaufen in China. Und dann habe ich aber die Kurve gekriegt, weil ich habe gedacht, hm, die wollen das ja nicht, die sind hier auch wie du, weil die das mögen. und dann habe ich angefangen, die Menschen zum ersten Mal in meinem Leben, die Menschen zu fotografieren, die das fotografieren wollten, was ich fotografieren wollte. Und das war für mich ein ganz großes Erlebnis. Ich habe alle meine Kollegen fotografiert und das waren Millionen. Aber ich meine, aber machen die wirklich das Gleiche? Also das will ich Sie unbedingt auch fragen. Also meine eigene Erfahrung mit dem Fotografieren ist wirklich eine zwiespältige. Also ich habe es mal eine Zeit lang, also ich bin nur totaler, nicht mal Hobbyfotografer, aber inzwischen ist ja jeder irgendwie Fotograf mit seinem Handy. Und ich habe irgendwann beschlossen, ich mache es gar nicht mehr und dann habe ich wieder angefangen damit. Aber ich habe schon das Gefühl, dass eigentlich, und ich bin sicher, das ist bei Ihnen anders, ich bin wirklich 100% sicher, aber ich würde es gerne beschrieben haben. Also bei mir würde ich sagen, in dem Moment, wo ich den Fotoapparat zücke, wo ich sogar die Perspektive auf ein Bild werfe, also im Sinne von, oh, ich könnte die Kerze fotografieren, ist der liebevolle Blick erloschen. Weil das ist ein verdinglichender Blick. Ich will das jetzt mit nach Hause tragen, sozusagen. Ich fixiere es ja eigentlich. Also ich finde das wirklich ganz schlimm, ehrlich gesagt. Ich bin großer Fan der Schweizer Alpen zum Beispiel. Eigermönch und Jungfrau, treiben mich in Ekstase. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe, bin ich in diesem Zwiespalt. Also wirklich, ich will sie, ich habe zum ersten Mal auf der kleinen Scheidegg übernachtet und es war wirklich super. Eiger und Mönch direkt daheim und die sind im Abendlicht aufgeleuchtet. Das war so ein ähnlicher Moment für mich, wie Sie beschrieben haben. Aber ich habe wirklich gemerkt, wie ich ständig damit gerungen habe, dass ich das doch festhalten muss im Foto. Und ich habe aber das Gefühl, dieses Festhalten tötet die Beziehung. Das ist das Gegenteil eines liebevollen Blicks. Und deshalb würde mich interessieren, wie das bei Ihnen ist. Ja, das ist ein professionelles Problem. Aber das war, aber das finde ich, das fand ich so besonders auf Ihrem Vortrag, also Ihr Gespräch mit dem Kameramann. Und wie das dann herausgefallen ist. Können Sie etwas mehr darüber sagen, wie das passiert? Denn man muss, man kann sich sehr gut objektiveren, den Blick vorstellen. Also es ist schon so, ich finde es auch, wenn man in den Alpen steht, muss man sie nicht fotografieren, weil man sie mag, sondern dann darf man sie gerade nicht fotografieren. Dann muss man die Kammer wegtun. Und solche Fotografie mache ich auch eigentlich nicht. Ich bin eher so einer, ein Zuhörer. Also ich bin gerne mit einem Ort zusammen und dann versuche ich zu hören und dann erzählt er mir seine Geschichte und irgendwo weiß ich auch, von wo ich das fotografieren muss, damit die Geschichte in dem Foto weitererzählt wird. Also das ist dann eher, ich bin eigentlich eher einer, der sich Bilder schenken lassen will von dem Ort und manchmal habe ich auch das Gefühl, die Orte brauchen mich und auch haben mich gerufen und ich gehe ja auch immer genau dahin, wo alle Leute sagen, da musst du gar nicht hingehen, da ist nichts. Man darf sich ja nie von Einheimischen irgendwie was vorschlagen lassen. Die sagen alle, das Matterhorn ist da, da musst du fotografieren, dann gehe ich dahin. Da ist nicht das Matterhorn, aber da ist was, was mich interessiert. Aber, also ich denke auch manchmal nicht, dass ich gerufen bin, um was zu fotografieren, von dem Ort oder dem Ding. Aber es gibt auch immer, dieses Unwirkbare, genau das macht man es kaputt, nimmt man es weg. Wie die Indianer gesagt haben, stiehlt man die Seele, indem man es fotografiert. Die haben da völlig recht gehabt, sogar historisch, weil die Leute, die sie fotografiert haben, haben sie ausgerottet. Also sie hatten überhaupt völlig recht. Aber es ist natürlich ein eminentes Problem der Fotografie, dass man was wegnimmt und was stiehlt und deswegen ja auch, was der amerikanische Ausdruck sagt, shoot pictures, ist was dran, es ist eine Jagd. To shoot pictures. Also Bilder schießen. Shoot pictures. Shoot pictures. Ist ja ein aggressiver Akt. Aber trotzdem gibt es auch das Entgegennehmen und sich schenken lassen. Das gelingt einem nicht immer und manchmal ist man greedy und will es haben und dann wird das auch kein gutes Bild. Aber kann man irgendwie, so genau wie Sie das beschreiben, jetzt eine Fotografie als ein Sakrament verstehen, sodass man erlaubt, es ist nicht das Erfrorene, Einfrierendes Leben, sondern etwas durch, welches ich das in eine andere Wirklichkeit genommen bin, sodass das die Welt öffnet rather than schließt. Das ist auf jeden Fall eine immanente Möglichkeit der Fotografie, die Welt weiter zu erzählen und eben nicht freeze und eingefroren, sondern weiter erzählen und erhalten und mit Respekt etwas sozusagen übersetzen. Man ist ja oft als Fotograf der Übersetzer von dem, was da stattgefunden hatte und das Übersetzen ist ein anderer Akt als das Erschießen. Vielleicht eine Frage für Sie beide. Nein, was ist das Deutsch? Sie beide? Ist das richtig? Unbedingt. Euch beide. Euch beide? Sie beide? Euch beide ist okay. You can say you to me. I won't say in Texas you can say you to me. I will say for both of you. Okay. Ja, Sie beide. Sie beide. Ich glaube, das Interesse an, dass der Objekt spricht und wer da, ob das Objekt durch den Menschen behandelt wird, sodass die Spuren einer Geschichte der Beziehung zu diesen Objekten da ist. Andererseits kann man zu Naturobjekten, die haben so einen eigenständigen Wert. Ist die Resonanzbeziehung zu diesen zwei Arten von Objekten unterschiedlich? oder wenn Sie sprechen davon, wie die Objekte eine Geschichte erzählen? Die sprechen, die sind nicht tot. Das gilt für eine Landschaft wie für eine Stadt oder eine Stadtvierte oder ein Objekt, in das sich der Mensch verdinglicht hat, um Marx'sche Vokabular zu benutzen. Ist das klar? Was ist die Frage? Ich glaube, ich habe es verpasst. Also was sind die beiden? Also die eine sind sozusagen die Geschichte unserer Spuren an Ihnen und die andere sind Sie selber. Interesse an die Objekte wegen der Geschichte unserer Spuren daran. Wir finden uns in diesen Objekten und das als Unterschied zu den Objekten, die zu uns kommen als Gebirge oder was immer das ist. Keine Spuren und sind interessant genau, weil da keine Spuren von uns da sind. Naja, trotzdem haben auch Landschaften oft Leidensgeschichten mit uns und die Spuren entdeckt man auch nicht auf den ersten Blick, sondern nach einer Weile und dieser Geschichte zuzuhören beinhaltet ja oft, dass man sich auch des Alters klar wird. Wenn man einen Baum fotografiert, sind auch die Chancen, dass der mehrere Generationen älter ist als ich selbst groß und das ist schon eine Respektfigur jemand, vor einem 500 Jahre alten Baum zu stehen. Also ist schon toll, den gab es schon, als der Luther da war und das ist schon beachtlich und Steine sind sowieso sehr ehrfurcht einflößend, weil die waren ja schon Millionen Jahre lang da und die Geschichte unserer Spuren ist halt oft eine sehr versteckte. Also natürlich gibt es die Natur auch ungestört und natürlich kann man auch im Urwald etwas fotografieren, was noch nie jemand vorher gesehen hat und wo niemand einen Schaden daran getan hat, aber vielleicht ist gerade die Tatsache, dass ich dahin konnte, schon ein Schaden. Gut, also ich meine das Ding an sich, dazu haben wir keinen Zugang, aber ehrlich gesagt, also manchmal sage ich selber in Vorlesungen oder so, es gibt keine unberührte Natur mehr, weil die menschlichen Spuren die Erde rundherum aber und das kommt ja bei Ihnen auch vor sozusagen, ich bin Hobbyastronom und deshalb empfehle ich immer mal einen Blick in den Himmel und da würde ich sagen, da sind eigentlich keine Spuren außer das, was wir da sehen, also das, was wir das Interpretieren ist natürlich immer unsere Deutung und vielleicht habe ich auch ein Teleskop oder so, mit dem ich es sichtbar mache, aber trotzdem Ich habe da so eine App Pocket Universe Ja, was da rumfliegt um uns rum ist wahnsinnig Ein Schrott Also man kann auch den Schrott mitunter schon sehen Natürlich, aber Sie müssen zwischendurch gucken oder wird es spannend Man muss trotzdem ist der Schrotthaufen, der um uns rumfliegt der nackte Wahnsinn was da alles Ja, aber das ist übrigens interessant also weil ich finde wirklich, das wollte ich ja mit der Resonanztheorie grundsätzlich machen zu sagen, nein, auch diese Dinge sprechen zu uns also die Dinge singen höre ich so gern man kann sich davon berühren lassen versuchen darauf zu antworten in ein Verhältnis treten die Frage wäre jetzt wirklich ich finde, also wenn man wirklich durch das Teleskop zum Beispiel einen Kugelsternhaufen oder auch einen offenen es gibt so schöne offenen Sternhaufen oder gar irgendwelche Galaxien, wo man weiß da ist das Licht nicht nur für acht Sekunden oder Minuten ausgestrahlt worden sondern für Milliarden von Jahren das ist da entsteht für mich entsteht da sowas wie Ehrfurcht auch vor der Schöpfung die nicht den menschlichen Spuren gilt ich finde das einfach falsch interessant ist ob man zu Weltraumschrott in so eine Beziehung treten könnte und da würde ich sagen wahrscheinlich nicht obwohl man könnte sagen ich bewundere die menschliche Leistung das Weltall zugänglich zu machen oder so also könnten Sie liebevollen Blick auf Weltraumschrott werfen außer er fällt runter und liegt dann vor einem Stein ja na aber ehrlich gesagt man könnte schon eine Geschichte erzählen man könnte eine Geschichte erzählen wo dieser Schrott herstammt und welche gewaltige auch Ingenieursleistung dahinter steht wo es dann vielleicht wieder ging ich würde gerne noch mal zu der Ausgangsfrage wenn ich darauf zurückkomme zu dem Verhältnis von dem Akustischen und dem Visuellen weil vollständig überzeugt bin ich noch nicht ob nicht dieser liebevolle Blick also gerade auch in Ihren Filmen der Akustikbedarf also stellt sich diese Erfahrung also auch im Himmel über Berlin und in allen anderen Dingen also ich würde nicht mal unbedingt sagen der Musik also es gibt ja sehr eindrucksvolle Szenen oder Filme auch ganze Filme die große Stille zum Beispiel wo tatsächlich überhaupt keine Musik vorkommt aber schon Akustik also man hört die Kirchenglocken man hört vielleicht einen Hund in der Ferne und ich finde das scheint mir eine Voraussetzung dafür zu sein um in diese Art von Verhältnis zur Welt zu treten von dem sie schreibt nein halt ich nehme das zurück ich glaube nicht grundsätzlich aber im Film müssen Sie nicht zurücknehmen weil da ist es völlig richtig ich finde ja auch ich bin ja einer der Ersten der zugibt dass diese Bilderkultur in der wir heute leben also diese Vormacht des Bildes in jeder Hinsicht in unserer Kultur auch zu Bildern führt die nichts mehr erzählen und im Gegenteil je schöner die Bilder umso unwahrer sind sie wahrscheinlich und umso manipulierter und aufgehoben sind sie letzten Endes nur zum Beispiel durch Worte durch Dinge die man dazu erzählt die jemand spricht oder durch Musik oder durch Geräusche also Bilder selber sind kaum noch wahrheitsfähig heute finde ich immer weniger aber sie werden kriegen denn die Aura dass sie das noch können oft durch eine Musik oder durch ein Geräusch oder durch den Wind oder die Blätter oder den Hund im Hintergrund wenn er denn wirklich gebellt hat weil natürlich sind natürlich auch viele Sachen hinterher dazu also ich bin einer der auch immer genau hinhört bei jedem Film und inzwischen auch ein Ohr dafür habe ob die Grillen die da zirpen ob es die da gibt also oft hört man ja Sachen in Filmen die es da gar nicht geben kann auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen Sie verderben gerade man hört ja auch Vögel in Ländern im Film die es da nicht gibt es wird ja oft aus Libraries werden ja oft diese Geräusche bezogen und dann ist der ist der Ton mehr gelogen als das Bild das gibt leider ist das nicht der Fall dass auch im tagtäglichen Leben die Sinne zusammenwirken so dass da keiner von denen einzeln funktioniert sondern immer die anderen mit einbezogen sind das sind die Restaurants machen Geld Geschäfte darauf wie die Teller aussehen was Musik betrifft die ganze Stimmung so dass die alle Sinne in den anderen mit einbezogen sind und partizipieren das weiß ich gar nicht also ich bin also wahrscheinlich ist das so aber ich bin nicht sicher also wenn man jetzt Resonanz sozusagen als Idee nimmt ich glaube schon dass wir uns auch durch Bilder alleine berühren lassen können also manchmal sehen wir wobei wir natürlich wenn wir ein Bild sehen immer auch noch gleichzeitig hörende und fühlende Wesen sind aber beim Film ist mir das oft aufgefallen also da würde mich Ihre also ich meine Sie haben es glaube ich schon ansatzweise beantwortet aber ich hatte immer die These wenn ich einen Film der Untertitel hat sozusagen den kann ich ja ganz ohne Sound also ohne jeden ich kann den Sound einfach runterdrehen und kann der Handlung komplett folgen und meine These ist dass ich dann nicht davon wirklich berührt werde wenn mir diese akustische Dimension fehlt oder? Ja ja das stimmt das stimmt das ist aber auch manchmal das Schöne an einem Stummfilm wo es dann nur noch so ein bisschen rauscht dass es da das wirklich nicht gab und dass das wirklich auch noch so eine so eine Unschuld hat auch des Blickens und des Vermittelns und das ist manchmal schönes Bild da ohne Ton zu sehen ich würde mir auch den Restaurantführer wünschen weil Sie es angesprochen haben der einem Restaurant so entwickelt wo keine Musik läuft ja ja also also es ist manchmal finde ich schon erstaunlich wie die Leute denken dass sie einen so in was reinziehen und in Wirklichkeit tut es das Gegenteil ich glaube aber bei Filmen ist das wahnsinnig schwierig da dem Ton die die Ehre zu geben dass er dazugehört also bis in die bis sagen wir mal in die 60er Jahre gab es keine Kameras die zuließen dass man gleichzeitig Ton aufnehmen könnte also die ersten Dokumentarfilme wo Ton direkt mit drin war das kam erst in den 60er Jahren auf bis dahin gab es keine Kameras die geblimmt waren das heißt alles war nach nachvertont also jeder Dialog also jeder Dialog jedes Geräusch war hinter drauf gesetzt und und dann kamen anmählich Kameras die es erlaubten dass man gleichzeitig Film Ton aufnimmt und diese Filme werden ja dann irgendwann auch restauriert habe das selbst gemacht und dann kommt die Gretchenfrage ich könnte ja jetzt Dolby Stereo viel schöneren Ton machen nämlich aus Libraries und so und das die Grillen aus Südamerika und die Frösche von da holen das klingt alles super also der Ton ist eigentlich man nimmt ihn so immer als als Wahrheitsträger aber ist er überhaupt nicht und das muss man dann auch glaube ich manchmal da muss man sich oft für etwas entscheiden was weniger schön ist aber irgendwo hingehört aber es geht mir eigentlich gar nicht um Wahrheit sondern um die Art der Beziehung die ich dann zu der Szene oder den Figuren habe ja aber da finde ich dann den Aspekt der Wahrheit schon wichtig also weil die Beziehung die man herstellt indem man was fabriziert irgendwo stimmt was nicht da darf ich noch eine Frage stellen also würden Sie eigentlich sagen dieser liebevolle Blick also ich glaube vielleicht haben Sie es gesagt aber ich will Sie noch mal fragen also wenn Sie an alle Ihre Filme denken die ja sehr zahlreich und sehr unterschiedlich und auch sehr erfolgreich sind würden Sie sagen dass nur die Filme gelingen oder dass die Filme nur dann gelingen wenn Sie selber einen also wenn Sie einen liebevollen Blick auf die Figur also muss man die Figuren zum Beispiel die Landschaften die Handlungen die Gegenstände lieben damit es ein guter Film wird in meinem Vollständnis unbedingt und ich kenne die Sachen von mir natürlich gut und ich weiß welche Filme ich gemacht habe wo ich wo das nicht ganz so war und wo ich dann letzten Endes auch nur ja zum Beispiel der Film von dem ich erzähle am Schluss von meinem Vortrag wo ich auch in Afrika gedreht habe und wo ich dann unglücklich hinterher war weil es dann doch so oft Situationen war wo ich das was ich eigentlich mag nicht tun konnte und wo es dann um Leben und Tod ging das überhaupt in die Kiste zu kriegen und dann tut es weh und also es gibt auch in Filmen eben nicht nur die mit dem liebevollen Blick sondern auch es gibt auch Filme wo ein Großteil dieses Films dann aus einem panischen Blick entsteht oder aus einem Gejagten oder aus einem Gequälten weil man irgendwie nicht mehr anders konnte als das so fertig zu machen und das ist natürlich oft ein Großteil des Kinos ist ein ein Blick der eigentlich mehr von seinen finanziellen Bedingungen produziert wurde als von der Lust oder der liebevollen Beziehungen der Macher zu dem Ort oder den Personen das ist schon die Ausnahme würde ich sagen und das ist erstaunlicherweise eigentlich eher eine europäische Tradition des europäischen Films als des internationalen Films dem seine Figuren doch meist eher egal sind und eher Produkte sind als dass da eine Liebesbeziehung ist vielleicht wäre das ein guter Punkt um die Zielrunde zu kommen unsere Zeit ist schon vorbei spannend aber es gibt noch einige Dinge wir sind abgedriftet oder nein ich denke aber wir haben ja noch Gelegenheit morgen von den beiden Referenten noch mehr zu hören zum Schluss würde ich eigentlich gerne den Filmemacher Wim Wenders fragen gibt es Dinge die nach diesem Gespräch mit einem Theologen mit einem Soziologen die hängen geblieben sind oder sozusagen ein Schlussstatement von Ihnen an diesem Gespräch und dann wenn Sie das gemacht haben würden wir glaube ich dann gerne mit einem herzlichen Applaus Ihnen allen danken dafür noch nicht jetzt naja das mit dem Schlussstatement ist jetzt eine heftig schwierige Situation ich finde das ist ja alles wir haben so vieles so angepickt und ich hätte natürlich gerne ein paar Sachen viel genauer beantwortet und wäre darauf eingegangen und da sind ja provokante Momente auch gewesen wo das auch auseinander driftet und man das dann analysieren muss wo man das dann anders sieht oder wo die anderen Ansätze sind und das schönste an so einem Gespräch sind ja dass man merkt dass jemand das anders sieht nämlich von woanders das sieht jeder von uns denkt ja das ist so mit dem Denken man denkt ja immer das was man denkt das einzig Richtige aber wenn man merkt dass jemand anders anders denkt und viel richtiger denkt das ist eigentlich gut ich mag das gerne weil ich bin kein Denker ein Sieger ja ich bin einer der gerne guckt und und das gucken auch für Produktiv hält und auch durchaus für für kommunikativ also ich glaube dass man dass man über das was man sieht und indem man das was man sieht weitergibt und dann sieht jemand anders dass da schon eine sehr komplexe Geschichte stattfindet die manchmal mit Worten nicht so komplex geschieht das ist glaube ich so doch ich bin auch nicht so dass die glaube ich ich bin das da ist auch das nicht so so die die ins die die Vielen Dank.